Dieser wunderbare E-Transit Trend L3 könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Elektromotor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Eine Schiebetür und Doppelflügel-Hecktüren erleichtern das Beladen. Im Laderaum gibt es einen Gummiboden und eine hohe Seitenverkleidung. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem E-Transit schützt Sie rundum mit ESP, Airbag, Nebellacken vorne und dem Assistenzpaket. Die automatische Klimaanlage mit Polenfilter ist auch für Ruhlbehagen. Zum Radio gehört auch das System Sync 4. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. In diesem äußerst praktischen, sparsamen und sehr gut ausgestatteten Ford E-Transit Trend werden Sie viel Spaß haben. Und damit unterwegs nichts passiert, hat der Wagen 5 Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Bei uns können Sie es gut nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020